Hallo, hier ist Ronja und die Isi und ich, wir ziehen heute um mit unserem Freund, dem, ich glaube, in der Beschreibung stand Mark oder Kai oder irgendein Kerl war es auf jeden Fall. Mike, Mike. Wir helfen Mike beim Umziehen. Ich weiß zwar nicht, wer Mike ist, ja, das weiß niemand so genau, aber wir gehen hier in Truck B. Mike hat ein Mikrofon auf Englisch, vielleicht helfen wir uns. Vielleicht helfen wir unserem Mikrofon. Ja, vielleicht wollen wir uns umziehen. Ja, das kann man gut sein. Wenn du die Wahl hättest, wo würdest du hinziehen? Nein. Ich wollte als Kind immer an der Ostsee wohnen. Da habe ich mir gedacht, boah, so ein Fest wäre das. Ich habe als Kind an der Ostsee gewohnt. Warte, Mike. Ja, Ronja, man kann nicht alles lernen. Das war der Traum. Ich gedacht, das ist voll schön. Da sind wir immer im Sommerurlaub hin. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich immer groß bin. Na, vielleicht ist es die Ostsee, es ist nur dunkel und wir sehen es mehr noch nicht. Das kann ja sein, hinter den Bergen. Ja, wirklich. Weil es so viele Berge gibt an der Küste. Ja gut, da hast du vielleicht einen Punkt. Okay, den gebe ich dir. Das ist fair. Es ist richtig dunkel. Ich kann nichts sehen. Warum zieht Mike denn, oder unser Mikrofon denn, mitten in der Nacht um? Echt so? Was war denn das? Ich hoffe, wir kriegen irgendwas zu essen jetzt. Hi, Leute. Hallo, Mikrofon. Das hat euch ja eine Weile gebraucht, um herzukommen. Ja, sorry. Jedenfalls. Was denkt ihr vom Haus her bis jetzt? Was? Ihr zieht alle mit mir ein, hat unser Mikrofon gerade gesagt. Ich habe gesagt, dass ich das Haus liebe, das tue ich gar nicht. Ach so. Ja, das ist okay. Der Hass. Das tue ich gar nicht. Findet ihr das Haus voll hässlich, Mike? Oh nö, guck mal, ist voll groß. Guck mal, Herr Kasi. Mein, meine Couch. Setz dich woanders hin. Ne, ich sitze hier schon. Geh du doch auf die linke Couch. Ich gehe jetzt auf den Platz hier. Auf den Platz? Ja, ich hoffe, ich kann mich da noch dazu setzen. Geh da weg! Okay, er sagt, wir sollen uns das Haus angucken und er macht uns was zu essen. Ich finde das gut. Ich dachte, wir müssen ihm jetzt hier beim Umziehen helfen. Ich hätte gerne eine Pizza. Warte, kriegt jeder das, was er will? Also macht er jetzt vier verschiedene Gerichte für uns? Ich denke, ja. Pizza, okay. Pizza. Ich habe Pizza gewählt. Was hast du gewählt? Ich habe Eis gewählt. Wieso ist das jetzt so? Ja, schade. Wir brauchen was, um die Tür zu öffnen. Oh, das ist... Wenn unser Mikrofon weg ist, können wir ja mal gucken, ob wir den Schlüssel finden. Ich habe das Gefühl, in so Pflanztöpfen ist immer alles versteckt. Guck schon mal. Ich bin gerade in seinem Schlafzimmer eingebrochen. Oh, auch schön. Und gucke jetzt in seiner... Ist das denn eingebrochen? Er hat gesagt, es ist auch unser Haus. Wir ziehen hier schließlich ein. Echt, ja? Das ist ja auch quasi gemeinschaftlich unser Schlafzimmer. Oh, die Küche ist ja riesig. Ah, ein Kleiderschrank mit einem Set... Oh Gott, Ronja? Ja. Oh mein Gott. Wo ist das Schlafzimmer? 3. September 1995. Heute ist mein Geburtstag. Das ist fünf Jahre her, seit ich in diesem Haus gelebt habe. Und es kamen komische Geräusche aus dem Keller. Ich glaube, ich bin nicht mutig genug, um da reinzugehen. Aber morgen werde ich in ein anderes Haus ziehen. Und ich hoffe, alles wird gut. Und da ist Blut an der Nachricht. Ja, toll. Also, im Keller? Wo ist hier der Keller? Warte kurz. Mike hat gesagt, er macht uns Pizza. Wir sollen uns jetzt was nehmen. Pizza! Ich hoffe, meine ist mit veganer Salami. Das gehe ich von aus. Ja, ja. So fängt jeder Horrorfilm an. Du hast den einen Typen und dann noch so drei Mädchen. Und die kommen immer mit einem Trauma davon. Hilfe! Also, ich hoffe, euch schmeckt die Pizza. Was sagt der? Wo gehst du hin? Er muss ins alte Haus. Okay. Und welches alte Haus denn? Der ist ja umgezogen. Der hat ein altes Haus. Der holt die restlichen Möbel. Der lässt uns jetzt hier nachts allein. Ach so. In diesem Haus. In diesem gruseligen Haus. Und sagt, macht nichts komisches. Mit den Geräuschen aus dem Keller, ja. Mit den Geräuschen aus dem Keller. Die anderen wissen ja noch gar nichts von ihrem Glück. Die denken sich ja noch nichts Böses. Mann, ich will diesen Schlüssel finden, Ronja! Für die Tür. Aber das stimmt, das ist die Kellertür, garantiert. Wo ist die Kellertür? Ach, das ist die Kellertür. Das ist mit dem Schlüssel, oder? Stimmt. Also als logischer Kombinierer. Aber wo ist der Schlüssel? Vielleicht in einem Buch. Wen fragst du, Mike? Oh Gott, hier sagt er was. Die Lichter. Power Issues. Okay. Ah, aber das ist kein Problem, weil der Starkstromkasten in der Küche ist bestimmt, wo wir hin müssen. Du hast recht, das ist eine gute Idee. Das klang irgendwie nicht so, als ob du denkst, dass es eine gute Idee ist. Weißt du, wie es angeht? Gefunden, sagt Leida. Ich denke nicht, wir haben das gefunden. Das braucht auch einen Schlüssel. Oh nein. Okay. Äh, Schlüssel, 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 Schlüssel. Hier ist Pizza. Es ist dunkel und wir sollen jetzt das Schlüssel finden. Wie doof ist das denn? Ich weiß auch nicht. Finde ich auch nicht gut. Wir können auch einfach schlafen gehen und hoffen, dass es bald vorbei ist. Die anderen sind hier in das Zimmer gegangen. Echt, du willst einfach nur schlafen gehen? Ich kann ja nur hoffen, weißt du, dass wenn da jetzt Geräusche aus dem Keller sind, dass der sich die anderen schnappt. Hier ist doch der Schlüssel. Wo? Auf dem Ding drauf. Oh. Auf dem Karton. So gut. Perfekt. Dann, äh. Oh, was sagst du? Guck mal. Du sagst, lass uns alle ins Bett gehen. Es ist spät. Hat meine Idee geklaut einfach und jetzt tut die so, als wäre sie es. Ei, ei, ei. Ach Mann, Ronja. Oh, ich liege im Bett. Oh. Du liegst gar nicht im Bett, du hast gelogen. Ich war doch im Bett. Ne, ne, ne. Du standest da ja. Unser Zimmer. Das ist mein Bett hier. Okay, ich gehe runter. Warte. Haha. Neben uns ist noch das andere Zimmer. Das ist mit rosa Betten, glaube ich. Da will jemand Gruselgeschichten erzählen. Ne. Ich mag keine Gruselgeschichten. Vor allem nicht nachts. Das sagt mein Charakter und das sag auch ich als Person. Das passt. Wir sind eine Seele. Du magst keine Gruselgeschichten? Ne, ich hab da Angst. Ich kann auch keine Horrorfilme gucken. Das ist ganz schlimm. Echt? Hm. Okay. An einem Tag ist eine Gruppe an Menschen kämpfen gegangen. Ist das jetzt die Gruselgeschichte, die er erzählt? Warte, das sind wir gewesen. Na toll. Die Kämpfer saßen am Feuer und haben geredet. Auf einmal kommt ein Werwolf und töten... Okay, schnappt sie alle. Vielleicht tötet er sie ja nicht. Vielleicht ist er ja nur... Oh, der sieht gruselig aus. Der sieht aber nicht lieber aus. Okay. 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 Manche sagen, die Kämpfer sind vermisst in einer Höhle. Andere sagen, der Werwolf hat sie geschlafen. Aber okay, wer weiß das schon. Ende. Okay. Da hat wohl jemand im Deutschunterricht nicht aufgepasst. In der Spannungsmaus, da fehlt noch das ganze Bild ab. Ja, wenn auf einmal der Werwolf schon kommt. Was ist denn das? Ja, gut. Dann lass uns schlafen gehen. Sonst krieg ich Albträume, heißt das Wort. Das musste ich. Gute Nacht, Leute. Schlaft schön. Ich singe euch noch mal was. Okay, singen wir es. Meine Kinder schlafen recht weit. Okay, dann. Geron, die hab ich erzählt noch eine Geschichte. Alles klar. Es war einmal eine pinke Maus in deinem Haus und sie fraß deinen Käse auf. Was war das? Oh, die anderen haben es gehört. Hallo? Hallo? Warte, bin ich jetzt gemeint? Ich war es. Sorry. Ist jemand da? Nee, das war nur die Easy. Ha! Jetzt? Du musst es uns nicht aufwecken, weißt du? Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Okay. Also ich hab... Nee, du hast geredet, meine Liebe. Hab ich was gehört? Was hast du gehört? Weiß nicht. Eine Tür. Oh nee, eine Tür? Jemand ist in unserem Haus. Das, äh... Warte, ist das ein Erdbeben? Warte, nee, der Strom ist schon wieder aus. Och nee. Ähm, ja. Ja, ich bin bei dir. Ah, mein Gott, was ist denn das? Oh Gott, geh hoch aufs Bett. Ist dir was? Bin ich sicher damit? Ich glaub, das war nur so... Oh nein, ein Monster ist unten am Bett. Ist das so? Das hat zwei Gesichter, Ronja. Das ist doch nur Mweb20. Nein, da war grad ein Monster hinter ihr. Oh mein Gott, das ist nur dieses... Dieses... Dieses Ding, was immer kommt. Aber das ist keiner. Nein, Ronja. Oh, da ist wirklich... Geh weg, 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 geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Komm rum. Ah, ist bei mir. Oh nein. Hilfe, Ronja. Warum verfolgt uns das denn? Oh Gott, lauf, 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 lauf. Okay, Werwölfe finde ich auch... Ist nicht schön. Ich kann nicht. Das fängt mich. Geh weg von mir, du Spinnenmonstervieh. Werwolf. Bäh. Oh mein Gott. Da freu ich mich über, dass ich... Ich bin aber auch fast tot, du. Es wird Zeit zu gehen, ja. Ja. Oh mein Gott. Ach, hallo Mike. Ganz toll. Warum seid ihr noch wach? Der Monster hat versucht, uns zu töten. Aber sonst alles cool hier. Ach, versucht ihr mich zu veräffen. Ach man, Mike. Du hast ja keine Ahnung. Mike, guck mal. Hier, Leida. Die ist auch schon fast, ne? Am Ende. Du bist noch voll am Leben hier. Vielleicht bist du das Monster, Izzy. Hast du da mal drüber nachgedacht? Was auch immer. Ich gehe ins Bett. Ich hoffe, ihr macht das auch. Mike. Wie sollen wir denn jetzt schlafen? Das war eben neben meinem Bett. Mike. Warum sperrst du uns hier ein? Das ist doch... Ihr Leben ist auf vier runtergegangen. Aber meint, sieht aber auch echt nicht gut aus. Du lachst sie noch aus. Sie leidet. Sie steht kurz vorm Tod. Was macht Izzy? Haha. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ihr ein Stück Pizza geben. Hier. Oh, meinst du, das hilft? Kann man das essen? Keine Ahnung. Oh, okay. Wir fahren... Wir wollen mit dem Truck abhauen. Haha, nach Hause fahren. Das finde ich auch gut. Wer auch immer eine Idee hatte... Oh, guck mal. Warte mal Reifenspuren? Reifenspuren. Nein, jemand ist weggefahren. Mike. Mike wollte uns hier reinreiten. Oh mein Gott. Okay, wir müssen den Truck finden. Sonst sagt Mike, wir sind schuld, dass der Truck weg ist. Mike sehen wir nie wieder. Wir fahren mit dem Truck weg und dann... Ne? Wollen wir da raus. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier wieder wer kommt. Ich will nicht... Ich will unbedingt was im Keller. Ja. Warum willst du denn eben... Im Keller ist das sicher. Die sagen ja auch nicht, da flackert es schon wieder. Wahrscheinlich war da einfach das Monster, oder? Ja, wahrscheinlich war da einfach das Monster, oder? Oh mein Gott, oh Gott. Ah, da ist der Truck. Warte, was? Oh, oh. Der Truck ist kaputt. Nein! Wer hat den denn da reingefahren? Ey, das gibt es doch gar nicht, Ronja. Okay, ähm... Du sagst schon, das Monster attackt um jede Sekunde. Das finde ich nicht gut. Wir sollen schnell zurück nach Hause. Ich bin im Truck, ich bin hier sicher. Ich fühle mich hier gut. Im Truck? Im Truck, wir können da reingehen. Ja, komm, komm, wir müssen zurück. Durch den Wald. Nacht, in den Wald gehen. Nein, 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 nein. Was soll das überhaupt sein? Wir müssen in die Richtung, glaube ich. Okay. Wir sind eben in die Pfade getappt. Äh, wo müssen wir hin? Nein, hier können wir auch nicht hin. Okay, äh... Okay, das war's. Ja, wir sind... Was? Der brennt alles ab. Der brennt den Wald nieder. Okay. Überreagieren kann man auch. In die Höhle. Welche Höhle? Wo ist denn hier... Kann man hier rein? Das ist doch keine Höhle. Das ist doch Quatsch. Hast du eine Höhle gesehen? Du kannst gegen den Stein laufen. Warte, ich glaube, da war so ein Eingang. Aber... Oh, ja! Da war einer! Oh mein Gott. Okay. Wir sollten hier sicher sein. Wo sind wir? Äh, Höhle mit extra Gang. Oh Gott. Zurück nach draußen gehen? Wie nach draußen? Nee, zurück nach draußen. Oh Gott, warte, die stützt ein. Die Höhle stirbt. Die Höhle stirbt. Stimmt. Okay. Ja, gut. Ähm, äh... Ich geh links lang. Du gehst links... Ich komm mit. Okay. Okay. Ja, oh Gott! Nein! Komm nicht mit! Game over. Nein! In die Lava gefallen! Das tut mir so... Oh Gott. Okay, Mike. Mit dir ziehen wir nicht mehr um. Ja? Schön reingeriffen. Ich kaufe mir ein neues Mikrofon. Ist mir egal. Wenn meins ausziehen will, da komm ich nicht mit. Das fühl ich nicht. Ja, gut. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten schaut bei Easy vorbei. Da nehmen wir auch Roblox auf. Die könnt ihr schauen, die Folgen. Und dann, äh, sehen wir uns nächstes Mal. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020